Auch in der Corona-Krise steigen die CO2-Konzentrationen in unserer Atmosphäre weiter an. Eine volle Badewanne ist ein anschauliches Bild für das CO2 in unserer Atmosphäre. Solange wir einlaufen lassen, erhöht sich der Stand. Bei einer Wirtschaftskrise läuft etwas weniger ein, erhöht sich der Stand etwas weniger. Und nach der Krise wird wieder voll aufgedreht. Wenn wir nicht bald aufhören, läuft die Wanne über. Oder im übertragenen Sinne, wir nähern uns einem zunehmend gefährlichen Klimawandel. Verfolgen wir jetzt das in Deutschland freigesetzte CO2 mit unserem Wettermodell. Vom 1. bis 10. April 2020, das war vor Ostern, schönes Wetter, Hochdruckeinfluss. Sie sehen, das CO2 wird mit dem Wind verteilt. Es verschwindet aber nicht, sondern vermischt sich mit der Umgebungsluft und erhöht die vorhandene Konzentration. Zum Vergleich das CO2, was außerhalb Deutschlands weltweit von den Menschen emittiert wird. Selbst wenn Deutschland nichts emittieren würde, Sie sehen diese weiße Fläche hier, wird innerhalb weniger Tage das CO2 unserer Nachbarn importiert. Hier können Sie eine Abluftpfanne der USA erkennen, welche über den Atlantik transportiert wird und Europa erreicht. Innerhalb von ungefähr zehn Tagen verteilt sich das emittierte CO2 über große Teile der Welt und erhöht die vorhandene Konzentration. Direkt in den großen Städten ist die Emissionsminderung durch Corona-Lockdown durchaus nachweisbar. Die Messtürme des DWD jedoch stehen in reineren Gebieten über ganz Deutschland verteilt. Hier aufgetragen sind unsere Messreihen für acht verschiedene Stationen in verschiedenen Farben, alle übereinander. Aufgetragen ist die gemessene Konzentration über der Zeit. Sie sehen die großen Schwankungen, meteorologisch bedingt. Darin geht der Corona-Effekt unter, mit dem grauen Pfeil des 1. bis 10. April gezeigt. Gut erkennen können Sie im Mittel den Jahresgang. Das ist der natürliche Kohlenstoffkreislauf zwischen Pflanzen, Boden und Atmosphäre. Den menschengemachten CO2-Anstieg erkennt man am besten in den Messreihen der Bergstationen, wie Zugspitze in den Alpen oder Manaloa auf Hawaii, wo schon seit den 50er Jahren gemessen wird. Die Bergstationen stehen weit entfernt von den CO2-Quellen und messen den CO2-Hintergrund. Sie sehen, abgesehen vom Jahresgang ist der CO2-Hintergrund beständig angestiegen, hauptsächlich durch die weltweite Nutzung von fossilen Energieträgern wie Kohle und Erdöl. Weil das CO2 so langlebig ist, reichert es sich über die Jahrhunderte in der Atmosphäre an und verursacht Klimawandel. Wir können die Klimakrise abmildern, wenn es uns gelingt, die alten CO2-ausstoßenden Technologien durch neue CO2-neutrale zu ersetzen und dadurch die CO2-Kurve abzuflachen. Die Klimakrise